Hey, Internet und... ...euch erwartet der Kerker. YouTube! Ich hab tatsächlich den Boss nicht durchsucht. Es tut mir sehr leid, wirklich. Das ist keine Absicht gewesen. Oh mein Gott! Wie kann... Ich... Okay. Okay, auf jeden Fall... Äh, sprechen wir jetzt mit dem Ratsherrn Dingbombs. Was ihr für mich getan habt. Für ganz Rabenfels. Das übertrifft alles, was ich jemals von einem Besucher unserer Stadt erwartet hätte. Gut, gib mir Gold. Dafür bin ich euch zu tiefstem Dank verplägtet. Vom Dank kann ich mir nichts kaufen. Nun, Adril wollte euch für eure Leistungen sicher angemessen belohnen. Ja. Da ein bisschen Geld mir kaum angemessen erscheint, habe ich mich für etwas Gewichtigeres entschieden. Okay. Oh. Da die Severin oder wer auch immer sie waren, sich als Verbrecher entpuppt haben, ist ihr Besitz nun konfisziert. Aha! Kraft meines Amtes als Ratsherr betrage ich euch hiermit das Severin-Anwesen, samt all seinen Besitztümern. Ach so. Ihr habt durch das Bürgerrecht dieses Ortes verdient. Oh. Es wäre schön, wenn ihr ein Teil unserer Gemeinschaft werden könntet. Aha! 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 Ha ha ha! Okay. Ich bin so froh, dass ihr die Ebenerzminen wieder geöffnet habt. Ja, war's das? Dank eurer Entdeckung sind die Minen geöffnet. Und das Ebenerz beginnt zu fließen. Meine ewige Dankbarkeit und mein Segen sind euch sicher. Ja, dein Segen ist wohl... Ich schulde euch mein Leben. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, die Nachricht noch. Okay. Weil ihr die Pläne... Ja, ja, ist ja gut. Geht weiter, Fremdling! Geht weiter, Fremdling! Geht Fremdling! Wo war denn dieses Anwesen jetzt? Kruzifix! Hier hinten, oder? Wann ist die Leiche noch hier? Wer räumt die Leiche weg? Die Leiche. Meins! Okay. Seht ihr? Die unbedingt die Hauptquest. Und ich mach mich ja beliebt. So sieht's nämlich aus. Ich kann's kaum erwarten. Was machst du? Hey, hey, hey! Ebenerz, neulich merkeloser... Okay. Ja, das hab ich schon zehnmal. Okay. Das ist das. Na toll. Okay, das ist nun mein neues Zuhause. Exzellent. Okay, nur immerhin. Das kennen wir ja. Wunderbar. Dachte ich mir doch schon, oder? Was wir das erste Mal hier gesehen haben. Hier im Keller hausen. Wunderbar. Vorsicht. Okay, nach diesem kleinen Cut bin ich jetzt zurück beim Wendel. Okay? 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 44 Gold, na super. Dann hab ich auch schon zehnmal. Drohenschlüssel. Von mir aus. Ewige Heilung. Okay, das ist gut. Das ist gut. Der Mächte... Des mächtigen Ritters. Zeige dir... Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Ich brauche es nicht. Ring der einzigartigen flinken Finger. Oh. Danke, und der großen Veränderung. Okay. Das ist nett. 30% höhere Scha... Oh, shit, ich hab... Ah, no. Geh weg. Brauche ich nicht. Okay, und du siehst in blau besser aus. Okay, haben wir das angesehen? Dankeschön. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's durchsucht. Au. 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 Vorsicht. Okay. Und da das hier auch das nächste ist zum Mirax-Tempel, brechen wir von hier auf, weiter auf. Auf. So viel Wörter wie auf. Hab ich noch nie ver... Verwendet. Geh hier rauf. Auf. Okay. Okay, und alles wird gut. Alles wird gut. Solange ich hier nicht irgendwo feststeck. Oh, no. Du willst es doch nicht. Du willst es nicht. Du willst es. Zuerst. Kalt. Dann wird der heiß. Oh. Der Bär wird dich nicht verstehen. Meine Gute. Aber ist okay. Du hast es ihm gegeben. Bär, das wird deine Lehre sein. Ich weiß nicht, wie ein Bär macht. Ein Bär macht wahrscheinlich nicht. Hey. Ups. Na? Na ja, lass dich satt. Oh. Mitzel. Yes. Das war gut. Sowas freut mich. Und so viele schwarze Punkte, YouTube. Und alle jetzt, bitte geh endlich zum Ziel. Bitte mach endlich die Hauptquest, bitte. Oh mein Gott. Und er wird doch nicht etwa zu einem anderen schwarzen Punkt gehen. Kalt, das liegt mir aus. Was ist das? Okay. Schon wieder so ein Tempel nix. Tierstein. Ich berühr das nicht. Wie bitte? Ach du bist so ein Kleiner hier. Ach so, der arbeitet. Wer macht hier Probleme? Ich werde nicht fallen. Ja doch, das wirst du. Pass auf. Drei. Zwo. Eins. Oh, genau. Oh, der ist wirklich gefallen. Oh, perfekt. Perfekt. Okay. Nicht abhalten lassen. Wir haben Tierstein entdeckt. Super. Finde ich klasse. Tempel. Tempel. Ja, Halleluja. Die halbe Community atmet erleichtert auf. Oh, noch nicht richtig fertig, was? Dann ist es um die... Hier in seinem Tempel... Ja. Den sie vergessen... Die Euro 50 Stunden Lohn. Muss arbeiten für die Miete. Und die Krankenversicherung. Muss um 20.15 Uhr... Dschungelcamp schauen. Schlafen gehen. Aufwachen. Arbeiten. RTL schauen. Abgeschlossen. Fertig? Ich hab gewonnen. Game over. Also. Ihr dort. Was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Because of the file. Wer seid ihr? Überhaupt. Was ist das für eine coole Rüstung? Ich bin Freya von den Skarl. Schön. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Also, du kannst dich nicht entscheiden, oder? Wovor retten? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen. Und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storn, unser Schamane, sagt, dass Miraak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Diese Miraak hat versucht, mich umbringen zu lassen. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Müssen wir? Was hast du hier? Wo rennst du hin? Ist hier ein Drache? Was ist los? Ah, da... Redest du mit mir? Ich bin ein Schatfer. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Jetzt bin ich ja mit zwei Frauen... Oh, das gefällt dir der Säbel, was? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie weitergelaufen? Ich will doch nur kurz... Was hast du? Papier! Und wenn die Welt erst sieht... Sie ist weg. Öffnen wir den Tempel. Miraak. Njaak. Du, bleib mal kurz stehen. Reden. Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Oh, ich mag das, wenn du so redest. Ausgemerzt, hat sie gesagt. Ich hab zwei Frauen. Da wird sich keiner was trauen. Hey, relax, mein Freund. So, nach den Katzen. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Wollt ihr nur den... Okay. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und... Hier diesen Geldbeutel nehme ich noch mit. Dankeschön. Niemand hat etwas bemerkt. Okay, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und dann gehe ich mit den zwei Frauen hier weiter. Tschüss. Ja, dass du halte fizern. Lara. Denn du, bist du und Alt schli Doctor. テrone. Vielen Dank.